Hallo Leute! Habt ihr ein kunterbuntes Theaterstück parat? Na dann, nur zu! Meldet euch einfach! Was auch noch wichtig ist, es muss deutschsprachig sein. So etwa 5 bis 15 Minuten lang. Also, auf zum Wettbewerb! Die besten Produktionen werden im Fernsehen in unserem Bildschirm gezeigt. Und die besten Gruppen bekommen sogar tolle Überraschungen. Weitere Infos findet ihr unter www.kunterbunt.hu